Aufnahme starten, so. Hey Leute, willkommen zu meinen 50 Abus Wäsche. Warte mal, sieht man noch alles? Jupp, man sollte alles sehen. Ich werde jetzt 20 Cases vollkromer 3 hier öffnen, wie ihr seht. Also hier, Behälter öffnen. Wir öffnen gleich erst eins. Werden sieht, ist mein Ziel letztendlich Anubis. Das Knife natürlich. Das hier zum Verkaufen. Das ist viel Wertenfabrik neu. Und die Waffe sieht auch noch geil aus. Und das wäre auch noch interessant. Dann fangen wir mal an, Leute. Okay, die Waffe habe ich schon. Das ist sehr belastend. So, jetzt drehen wir das Case. Nur nach links. Komm, nach links. Hm. Ja, jetzt kommt ein Quick Case. Behälter öffnen. Schlüssel. Hm, ah, die da. Quick Case haben wir jetzt auch. Jetzt nehmen wir diese Seite, die rechte. Ja, unser letzte Case mit... Die letzten zwei Cases brauche ich dich aber. Nein! Wieso... Oh, Leute, das ist fast Star Trek. Okay. Hm, wir machen mal so. Ah. Ich verstehe. Komm, wieder ein Quick Case, oder? Oh, nice. Alter. Ich habe immer nur Glück in Quick Cases, Leute. Sag ich euch jetzt schon mal. Jetzt wieder ein normales, Leute. Seht ihr? Normal. Hab ich schon wieder verkackt. Und jetzt wieder ein Quick Case. Ah, okay. Da hab ich auch jetzt verkackt. Leon, wie soll ich mein nächstes Case öffnen? Was? Was? Warte mal. Wir beten mal Anubis an. Anubis. Gib mir deine Power von Satan und Ägypten. Und das ist jetzt auch ein Quick Case. Ach, scheiße. Ah. Ah. Wer hält der öffnen? Und? 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 Ich mach Augen zu. Ich mach Augen zu, Leute. Hm, okay. Ich glaube ich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Shit. Okay, komm. Wieder ein schönes Quick Case. Ah, shit. Abgenutzt sogar noch. Ah, Leon. Du musst schneller kommen. Also, ich wollte eigentlich das da, das da, das da, das da, das da. Ja, gut. In sonst's Case. Okay, komm. Shit. Jetzt. Okay, jetzt war es 50. Behälter öffnen. Hm. Wieder ein Quick Case, sag ich mal. Uff, warte mal. Ich muss ein bisschen warten. Warte mal. Mein Lack geht gerade weg. So. Uff. Okay. Auf geht's. Oh, heilige Chroma 3, Borgs, gib mir deinen Lack. Oh, shit. Nur noch 1, 2. Shit, Leon, wie lange dauert noch deine Runde? Ey, ich kann jederzeit beenden. Ja, dann beenden die. Wir sind schon in den letzten vier. Für die habe ich was ganz spezielles vorbereitet. Aber komm, Leute, wir machen die letzten drei. Also öffne ich noch hier ein Quick Case. Obwohl, ne, warte mal. Das Case will ich ja speziell öffnen. Also guck mal, Leon. Wieso jetzt ein Gelegenheitsspiel? Muss man da annehmen? Also so okay drücken. Nein. Hä? Alter, mein Pick Me High Moon ist zu laut. Alter, stopp. Rrrr. Ich rösch' mal ganz ums andere Musik aus. Da, also. So, jetzt sagen. Weil, was? Wir suchen jetzt ein Spiel. Muss man da auch akzeptieren drücken? Einen Klinger spielen? Ich muss halt auswählen noch PC oder PC. Hm. Also, was können wir jetzt alles spielen, wo man akzeptieren drücken muss? Wingen wir, oder? Niemann und so. Ah. Und ich bin auch nicht eingewärmt, Leute. Also erwartet keine ProSkills. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Was? Ich hab sogar noch 5 Cases. Also guck mal, Leute. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ich hab einfach noch 5. Also guck mal, Leute. Wenn jetzt das Spiel kommt, muss es später öffnen. Also ich will eigentlich schon diesen Anubis kommen, weil da einfach so krass aussieht. Es gibt die Leuchtweite. Das ist einfach Schönheit. Und, na klar, Reif wäre auch schön. Das ist auch sick. Hab aber auch schon Kim Gern gekauft. Nicht gezogen. Naja, das ist... Naja, ich hab schon, glaub ich, einen besseren, aber... Da weiß ich vielleicht, was verzeihen es nicht doch. Aber dieses Spiel würd ich nur verkaufen, weil der Merkern nicht gefällt und hab von denen besser. Also nicht den, ich hab. Wo ist der Skin? Äh. Oh, MK, nein. Da. Da ist es. Der find ich irgendwie geil. Da ist es nicht, dass ich jetzt schlussend bin. Oh shit, ich muss der, der hier öffnen. So. Was wird so passenden mit den Spiel finden? Ah, die sieht auch wie nah ist. Aber ich hab auch... Oh, die hat, was ich glaube, nicht so gut. Wenn jetzt hier... Nein, 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 nein. kann wir müssen mit als er früher ging es dass du wenn das spät akzeptiert hast du noch den Case öffnen kann und dann werde ich ein Krieg ist ein normales Case in der Loppen machen die anderen drei wenn wir schauen wie die öffnen mit Sitzung jetzt die Cases öffnen der Hälfte öffnen Halt mal ein normales Case Scheiße ich bin unter Beschuss ohne ein ich bin ja sehr belastend der Zeit auch zweit nicht so aber diese Suche das ist eine gute S ich bin nicht mal eingewärmt so viel Schaden Ehre genommen so so Pistolen dieses Messer das triggert mich nicht mehr sie Prozent 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 ein aus dem Wiener 20 das sind das war ein 90er und du bist jetzt am 880 diese müssen was ist es nicht dabei Geld auszugeben gegen schlechter das ist wollen das noch zwei Käse ich habe doch nie jemanden diesen neuen Update gesehen also ich habe ein paar YouTube Videos geschaut naja ein die Leid bekommen haben Einer ist an der Grau vor allem auch noch Star Trek sind es wirklich Einer hat eine Verdienstmedaille, also ist einer kein Zwerb. Sicher? Ja. Ja, das ist mein MPA1, ne neue. Ich hab' nur ein paar Sekunden. Ich lass' dir sogar einmal extra vor. Ach egal. Einer mit der Underground. Der hat ne Awe, die hebe ich gleich auf. Der ist bei mir zugeführter Schaden 98. Kannst du die Awe saven? Ne, warte mal, du hast ne AK, lass uns lieber. Lass' es mir nur M4 droppen, ein PA1. Ich geb' dir auch ne AK wieder. Danke. Junge, was ist falsch mit dir? Ja, das ist auch dieser Level 52er. Uff. Uff. Deutschen. Uff. 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 oh gott nein ufo kannst du am shit erkennen was u achten ich hätte fast was viel cooleres bekommen meine beste sind die die war einer handelt braun der kommt nach oben das ist die achso man hört aber deine musik auch ja man kann aber die musik jetzt ausleihen also wenn jemand anderes ausleihen ja also dann dann wenn du das heißt hast du hört man mein Feed me hi nun wenn ich als abhört man mein dein Avalon das 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 die in � high jetzt Das heißt nämlich nicht auf den sonstigen auch Parkes ich habe es kann man noch ein Schlüssel ich muss sich schnell auf eliminieren mussten sein eines das hat er angemacht anscheinend sind wir am Arsch? juff einer scheint gut mit der Pistel zu sein also der Smurver einer der andere keine Ahnung wer kommt? da denken sie sich auch nur so h wo ist er? ach so ich bin da ich bin da du 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 hast kein Schuss getroffen? du hast gar nichts getroffen du weißt so sei ich noch one shot, weil es funny ist jetzt sehe ich Ehre mit der Waffe? mit der Waffe? ja mit der Waffe die Waffe warte schaffee du wirst vor allem du hast keine richtige Waffe die 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 auch aber wir können uns endlich mal kann netz Was? Ey, einen habe ich nur einen Schaden gemacht, sorry. Der hat saved meinen AK. Hol sie dir. Achso, du hast Bombenplätze einfach und geh für Captain. Ah, ah! Oh my god! Kannst meinen AK saven? Nein? Okay. Kannst seine droppen? Hey, was dachte der denn? Boah, das ist so peinlich. Letztes Mal, ich war nicht eingespielt mit einer Avon Ace gemacht, nicht eingespielt, zwei Kriegs. Okay, Ehre nicht. Da war einer. Komm. Hin. Da im Wasser. Im Wasser. Im Wasser. Easy fuel. Easy fuel. Andersrum. Komm, bitte kein Kett. Ich schaff das auch so. Wer hat kein Kett. Er schafft es trotzdem. Ufo. Warte mal schon, er hat einfach nur A, wurde ein Auto. Also Spaß sein, aber kein Spaß. Spaß. Normal. Oh. 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 Ich muss eins. Er ist ins Haus gegangen. Hinter dir. Was? Da 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 da. Ja dann hinten. Oh, der ist diese Treppen hochgegangen. Ich weiß, der hat nur Arcade, kann gut Headers verteilen. Sag, du hast ihn gesehen. Ah, ja. Ah, ja. Das ist so. Ich hab's mit. Hol' mir umsetzen und wann. Ah, komm. Letztes, wohl. Ah, komm. Ah, komm. als ich nicht mehr zu tun aber auch nicht wirklich ich habe ich habe ich dachte er war da unten ich dachte er war da unten du hast einen Hetzig-Fallschring auf du hast einen Hetzig-Fallschring auf ich dachte ich halt wirklich mal oh man ne Bombe ist mir nicht hier hol dir dir ne Auto und drop in die Bombe Zufütter Schaden 87 der andere ist One-Shot-Deser-Underground du hast genau die gleiche Waffe wie ich gekauft ja was ist das gut Inventar Oma Behälter öffnet Quick Case Oma das ist belastend Oma ich hab mir die Waffe gekauft das ist das dein Ernst dein fucking Ernst also das ist ja die Geld eigentlich in die Zeit ja ich hab das unlogische S-K ja Star Trek das ist Star Trek for President nein ich will das nicht auf den Purple hat ah oh noll Alter wie sag ich so viel Patch so mein letztes Koma 3 Case das ist sehr belastend das opening ich hab die xm trotzdem noch bekommen ja ich werde ja gleich aufwenden aber eine sache muss ich noch tun nein du kannst noch weg dann du kannst auch noch weg und so eine aber wie viel bist du wert 33 Cent ein das hat die ausgebildet müssen so teilt sich irgendwie doch mit dem Aufwärtsvertrag ja wow das Case Opting war ein vollständiger Leute also